Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hi hi hi. He he he. He he he. Ho 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 ho. Von draus vom Walde komme ich her. Aber ich muss euch sagen, es schneit ganz viel der. Und sagt, wo ist Englisch? Ha, 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 ha. He, 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 he. Hi, 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 hi. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Hi, 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 hi. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft. Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist. Dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.